Ja, willkommen zurück zu Game & Wario, diesmal wieder mit einem Spieler. Vielleicht irgendwann mal mit zwei Spielern, ich weiß es noch nicht, aber auf jeden Fall diesmal mit einem Spieler und wieder mit den DuckTales. Ja, DuckTales, komm los, ab geht er hier und wir spielen diesmal den Taxi. Taxi, Taxi, Sexy, Taxi. Ab geht's. So, bin ich mal gespannt. Ich kann mir unter Taxi jetzt nichts vorstellen momentan. Wir sind auf dem Highway 56. Weit und breit, niemand zu sehen. Hey, ein Kunde. Hä? Das ist geil. So stelle ich mir Nofo vor übrigens. Viereckig, mit oben, schönen, dicken, dicken Antenne drauf. Oh, Bazooka. Die Katze hat eine Bazooka, ganz klar. War schon klar. Haha. Verfolgt das UFO. Superfehl. Schön, ja mit Taxi Nummer 77777. Ufo verfolgen geht auf jeden Fall gut mit dem Auto, denn man muss ja auf der Straße bleiben und das UFO kann halt in 300.000 Maschinen Richtung fliegen, aber das ist mal egal erst mal. Ich würde sagen, ja, der Bildschirm sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ich muss jetzt mal hier vorne meinen Monitor umswitchen, ich habe nur, das ist mir gerade aufgefallen. So, genau, so sieht das schon besser aus. Ähm, go auf Start und ich bin mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. Ich habe nicht drauf geachtet, wo wir hinfahren sind. Wo sind wir denn? Triple, was ist denn los? Da, los hier, da, ne? Moin, Fiii. Wird entführt. Jetzt haben sie auch mich. Hilfe! Triple, wir müssen was unternehmen. Los, schnappen wir uns die UFOs. Auf dem Bildschirm siehst du die Umgebung. Auf der Fahrer, aus der Fahrerperspektive. Ah, okay, hier. Hier ist die Fahrerperspektive. Lenken, Position checken, vorwärts fahren, rückwärts fahren. Okay, das sollten wir hinkriegen. Probier mal einfach mal. Fahr dichter an das UFO, okay. Ah, hier kann man nicht rein. Okay, da sind die UFOs. Ah, ziemlich witzig gemacht. Alles klar, schießen wir uns wie sie ab. Oh, noch Feuern hier. Bazooka. Zielen. Und hinten auch nochmal normal feuern, okay. Drück auf. Halte Zettel, um mit der Bazooka anzulegen. Okay, machen wir das. Feuern auf Zettel. Ja, ja. Oh, nicht die Kühe, okay. Jetzt schießt die andere ab. Okay, hat man das auch. Wähle Bazooka-Einstellung im Pausenmenü, um die Steuerung anzupassen. Ich würde sagen, wir lassen die so. Super, und jetzt nimm die Fahrgäste auf. Ähm, vorwärts fahren, rückwärts fahren, vorwärts fahren. So, da haben wir ihn einkassiert. Den guten Bauer hier. Bauer sucht Frau. Es passen bis zu drei Fahrgäste in das Taxi. Du liebe Güte, vielen Dank. Das war Rettung in letzter Sekunde. Könntest du uns zu meiner Scheune zurückbringen? Okay, zentral in der Mitte. Das Gebäude mit dem roten Dach. Da lohnt sich das Taxameter ja gar nicht. Ja, denkt natürlich nur an die Kohle, ja. Ganz klar. Aber wir wollen noch mal ein bisschen sozial sein hier. Das ist doch... Das ist doch alles hier aus guter Tat. Danke für die Ablieferung. Oh nein, nicht schon wieder. Mein Vieh, bitte rettet meine lieben Tiere. Wir kümmern uns drum. Triple, heute verdienen wir uns ne goldene Nase. Erreiche die Zielvorgabe 2.500 und Taxikönig 6.000. Was wollen wir sein? Wollen wir der König sein oder wollen wir einfach nur die Aufgabe so absolvieren? Ich würde sagen, wir visieren das mal die 2.500 an. Und los geht's. Okay, hier zielen. Hier schießen. Und einkassieren. Okay, so. Ich gucke auf die Karte. Muss man das jetzt zur Scheune zurückbringen? Ah ne, da kommt schon die nächste. Ah, wir können es auch so abliefern. Sehr gut. So, zielen. So, das Huhn, das können wir jetzt wieder einsammeln. Können zurückfahren, das gleich abliefern. So, wieder 600. Okay. Hinten das nächste Ufo. Ja, komm, 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 komm. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Munition aussieht. Ich muss mal auf die Karte nebenbei gucken. Ah, da oben ist noch eins. Schüpp, zurück und dahin. Können wir es eigentlich auch von hier abschießen? Schwieriger, aber es geht. Das Gate hier. Interessant wäre es noch, kann man hier auch direkt. Ah, okay, da ist noch eins. Direkt runterspringen, das wäre vielleicht. Ah, so. Das müssten die Plätze voll sein. Okay, wir fliegen so ein bisschen. Boah, jetzt haben wir schon 1700. Sehr schön. Das klappt ja wie Buddha. Weil ich sammle... Ja, ich sammle doch schon. Mann, macht doch nicht so einen Stress hier. Okay, dann wieder abliefern hier. So. Äh, ja. Karte, Karte, Karte. Da ist das nächste. Nächster Huhn. Das bringt man dann gleich wieder zur Station. 27, so hat man das schon mal geschafft. Das ist schon mal gut. Oh, was ist denn da? Sag nicht, jetzt kommen wir noch hier UFOs, die fahren können. Boah. Was ist denn? Okay, das ist ziemlich simpel. Boah, was ist das für ein kranches Spiel? Jetzt kommt noch mal so ein Ding. Diesmal versuchen wir es mal gleich abzuschießen. Sehr schön. Okay, unsere Zeit läuft ab, sehe ich. Ah, zumindest ist haben wir noch die Kuh gerettet. Boah. Spitz, das Motorschiff ist angekommen. Och, nö, oder? Nicht das Motorschiff. Klaut uns direkt wahrscheinlich jetzt die ganze Scheune. Es will das komplette Gebäude anheben. Wir müssen was unternehmen. Ja, was soll ich jetzt machen? Boah, drei Minuten. Schießt das Motorschiff ab. Das sieht jetzt, wie gesagt, so aus. Wo muss ich jetzt draufschießen? Das ist die Frage. Was ist das Schwein von... Oh. Wo muss ich jetzt... wo muss ich jetzt hin, wo muss ich jetzt die blauen Teile treffen? Was bringt mir das, wenn ich die Bäume abschieße? Komm, ich schätze. Okay. Ja, aber wo verdammt nochmal muss ich jetzt hier... Verstehe ich nicht. Ja, vielleicht... Jetzt verstehe ich, ich muss hier auf die, ähm, ich zeig's euch mal kurz, auf die roten, auf die hier. Muss ich draufschießen, draufballern. Wie lange habe ich noch Zeit? Noch anderthalb Minuten. Okay, das sollte vielleicht noch geschlappen sein. Okay, da hätten wir das auch. Muss mal nach oben gucken, ob ich noch so... Ja, da ist noch eins. So, da ist das Ding. Ach, ich glaube, es ist noch eins. Aber wir haben ja noch eine gute Minute Zeit. Es sollte... dicke drin sein hier. Okay, das ist kaputt, das ist... Und da ist noch eins. Jawoll! Da ist das Ding. Da haben wir das Motorschiff... noch nicht besiegt, denn da kommen noch... Ach, weitere. Boah, kriegen wir jetzt auch noch mal Zeit, oder wie? Okay. Ja, muss mal jetzt draufschießen. Okay. Okay, ich glaube, das... Das waren eigentlich vier, äh, rote... Zielvorrichtungen hier, ähm... Na, komisch. Wir haben es geschafft. Kommen wir noch mal ein paar Sterne. Zusätzlich. Oh, eins von fünf Schätzen. Das hat man vielleicht auch mitnehmen können, aber... Ich sehe, wir können noch fahren. Das lassen wir uns natürlich ja nicht entgehen. Wir haben noch 34 Sekunden. Was soll ich da jetzt machen in der Zeit? Ah, da liegen noch Sterne. Ich sehe es. Die Sterne muss ich jetzt alle einsammeln und dann noch zur Basis bringen. Ähm... Das ist die Frage. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 13 Sekunden. Da liegen noch zwei. Komm, das schaffen wir noch. Wir haben alle Sterne eingesammelt. Ähm, auf der Karte sehe ich keinen Stern mehr. Neun Sternen. Jetzt bin ich gespannt. Komm, sechst... Oh, 4.250, das ist natürlich... Ja, das ist natürlich auch eine Leistung. Du hast Taxi zum ersten Mal geschafft. Dafür gibt es eine Marke. Wir haben übrigens schon 19 Marken. Grandios, grandios. Die DuckTales, die haben es einfach drauf hier. Das Spiel... Ja, mal so eine Runde vielleicht, aber... Buh... Davor, das war vielleicht noch ein bisschen geiler. Aber so schlecht war es jetzt auch nicht. Nein. Das war im Bonbon-Geschäft heute. Ich stelle mir schon den Ruhestand vor. Da! Noch mehr Kundschaft. Los! Okay, also zwei Verrückte sozusagen im Taxi. Nächstes Spiel. Pirates. Pirates, okay. Das sagt mir auch nichts. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich hatte ja das letzte Play mir angeguckt bei jemandem. Aber Pirates sagt mir jetzt auch nichts. Und ja, das werden wir uns allerdings aber im nächsten Part dann anschauen. Deswegen verabschiede mich von euch. Macht's gut. Bis später. Und ciao.